Mein Name ist Lars Wackernagel. Ich werde in diesem Jahr 45, also bin ich jetzt immer noch 44. Ich bin geboren in Gera und wohne jetzt ein bisschen abseits von Gera in einem kleinen Dorf namens Groß Kuhndorf. Ich bin verantwortlich für das komplette Team. Alles, was in dem Team passiert, geht über meinen Schreibtisch, sei es über Fahrer, Rennorganisation, Material, sportliche Leitung, Management und alles, was da dazugehört. Aktiv zu meiner Zeit war mein größter Erfolg der Etappensieg bei der Friedensfahrt 2004 in Brüssel und dann durfte ich drei Tage das gelbe Trikot tragen. In den letzten Jahren meiner Karriere war so ein bisschen die Spezialität ein Rennen ganz gut lesen und alle die, die ein Rennen gewinnen können, so weit es geht Richtung Zielsprint zu bringen ohne großen Aufwand. Das war so ein bisschen das, was ich mich so verschrieben habe, dann den jungen Fahrern das so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Und für mich persönlich war es sehr schwierig Rennen zu gewinnen, weil weder richtig Berg, weder richtig Sprint noch richtig Zeit fahren, also am besten alleine ankommt oder in einer sehr sehr kleinen Gruppe von zwei Mann. Das ging dann mal. Macken. Absolut. Fall mir nur gerade nicht ein. Musst du mal die Jungs fragen. Also ich bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich mag es, wenn jeder mit einem sauberen Fahrrad ankommt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dann machen wir, dass er funktioniert. Und ansonsten Macken. Aufwand. Also ein bisschen ordentlich Zähne